Viele Menschen wollen einfach nur reich und glücklich werden. Sie übersehen etwas ganz Entscheidendes. Du kannst nur reich werden und bleiben, wenn du stark bist. Du kannst nur glücklich sein, wenn du stark bist. Lass uns darüber reden, warum das so ist. Wie du wirklich stark werden kannst. Schauen wir uns das Geheimnis an, das die wenigsten Menschen kennen und noch weniger akzeptieren. Das Gesetz der Hormese. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Lass uns heute darüber sprechen, was dich wirklich stark macht. Es ist das Gesetz der Hormese, Hormesis. Durch unsere Entwicklung sind wir, das ist das Wesen dieses Gesetzes, genetisch auf Belastung getrimmt. Mit anderen Worten, wir brauchen, um stärker zu werden, Belastung. Im Sport ist uns das klar. Der Muskel wächst, weil wir ihn belasten. Ganz genau gesagt fügen wir unserem Muskel winzige kleine Verletzungen zu, wenn wir uns anstrengen. Und in der Regenerationszeit, da heilen dann diese Wunden und machen den Muskel stärker. Je nachdem, wie wir trainieren, machen sie ihn auch größer. Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass unser Körper, unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit, auch unser Mindset, unsere Psyche, alles dem Gesetz der Hormese unterliegt. Genetisch durfte Belastung kein Nachteil sein. Denn wenn es ein Nachteil gewesen wäre, dann wären wir schon vor Urzeiten ausgestorben. Wir haben uns im Wesentlichen nicht weiterentwickelt in den letzten 40.000 Jahren. Wissenschaftler sagen, unsere Gene haben sich nur zu 0,02 Prozent weiterentwickelt, also so gut wie nichts. Wir sind heute noch ein Wesen, das Belastung braucht, um zu funktionieren. Und das erst recht Belastung braucht, um stärker zu werden. Ein ganzes Team von Wissenschaftlern hat über mehrere Universitäten hinweg eine berühmte 45-and-up-Studie überlegt. 45-and-up-Studie. Und haben sich einfach gefragt, was führt eigentlich zu schnellerer Alterung? Also, wenn du das tust, wirst du schneller alt. Was ist das? Das höchste Risiko, um schneller zu altern, mag dich überraschen. Und die Forscher haben über ein Stimmen festgestellt, und zwar eine Riesenstudie. Am ehesten schwächt es dich und am schnellsten stirbst du, wenn du nachts über neun Stunden schläfst. Wenn du zweitens am Tag mehr als sieben Stunden sitzt. Und wenn du wenig Sport machst. Also das war der dritte Punkt, wenig Sport machen. Weniger als zweieinhalb Stunden in der Woche. Warum? Weil du dann nicht genug Belastung hast. In allen drei Punkten. Nicht genug Belastung. Sprechen wir also über das Gesetz der Hormese. Es kommt aus dem Griechischen Hormesis. Das bedeutet Anregung. Wir brauchen also eine Anregung, einen Reiz, eine Belastung, um zu wachsen, um stärker zu werden. Und das gilt für jede Art von Belastung. Also auch für die Belastung unserer Psyche. Wir brauchen den sogenannten Belastungsreiz. Im Sport brauchen wir den, aber auch für unsere Psyche, für unseren ganzen Lebensentwurf. Das bedeutet, wir sollten freiwillig immer wieder die Belastung suchen, also unsere Grenzen austesten. Weil wir uns dann an die Belastung anpassen müssen. Der englische wissenschaftliche Ausdruck dafür ist Adaptive Response. Wir müssen also eine Antwort geben, eine anpassungsfähige Antwort geben auf die Belastung. Und dadurch wachsen wir. Machen wir uns nichts vor. Die meisten Menschen wollen das nicht. Ich wollte das auch nicht. Bevor ich meinen Coach kennengelernt habe mit 26 Jahren, habe ich gedacht, hey, es ist cool, wie ein Slalomfahrer durch das Leben zu rutschen. Immer schön um die Slalomstangen herum. Die Slalomstangen, das waren die Probleme für mich. Ich fand das Bild cool. Immer schön drumherum wedeln. Das Problem ist, dass du auf diese Weise nicht stärker wirst. Du wirst sogar schwächer. Denn wir verstoßen gegen das Gesetz der Hormese. In Gesetze der Gewinner beschreibe ich das Phänomen der Babyboomer. Das sind Kinder der Männer und Frauen, die das amerikanische Wirtschaftswunder aufgebaut haben. Viele waren Soldaten im Zweiten Weltkrieg und die dann überlebt haben. Die waren dann an dieser Belastung gewachsen. Sie versuchten dann auch nicht mehr, Belastungen aus dem Weg zu gehen, so wie ich den Slalomstang, sondern sie haben Probleme geradezu gesucht, um stärker zu werden und um ein besseres Leben zu haben. Das klingt jetzt komisch, nicht? Probleme geradezu suchen. Wir werden aber gleich darüber sprechen. Die Männer und Frauen, die diese Firmen aufgebaut haben, die sind dann alt geworden. Und sie haben dann die Chefsessel an ihre Söhne und Töchter weitergegeben. Und diese neue Generation, die sogenannten Babyboomer, die sind dann ganz anders aufgewachsen. Die haben ja gar keine Not erlebt. Die hatten keine Belastungen ertragen müssen. Ihre Eltern hatten alle Schwierigkeiten von ihnen fernhalten wollen, denn sie wollten, dass es ihre Kinder besser haben. Als aber die Babyboomer dann die Firmen leiten sollten, da taten sie, was sie immer getan haben, nämlich Problemen und Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Warum? Weil sie einfach nicht das Gefühl gehabt haben, dass sie diesen Aufgaben gewachsen waren. Sie wollten Schwierigkeiten in ihrem Leben einfach nicht haben. Aber wenn du ein erfolgreiches Leben haben willst, dann nehmen deine Schwierigkeiten nicht ab. Sie nehmen zu. Das ist eins der Dinge, die dir viele Erfolgscoachs nicht erzählen. Sie sagen dir, werde reich, damit du ein Leben ohne Probleme hast. Die Wahrheit ist, wenn du reich bist, hast du mehr Probleme. Zwar ganz andere Probleme, aber mehr. Das ist aber nicht schlimm. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens bist du stark geworden. Das ist schon mal richtig gut. Und zweitens hast du das Gesetz der Hormese verinnerlicht. Du willst geradezu Belastung. Du empfindest das gar nicht als Problem, sondern als etwas Gutes. Deswegen heißt es auch Problem, Pro, etwas Gutes, sondern als sportliche Herausforderung. Bei der Hormese ist eins ganz wichtig. Die Dosis entscheidet. Paracelsius, der Vater der Medizin, hat gesagt, alle Dinge sind Gift. Nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass etwas kein Gift ist. Nur etwas Gift nennen wir Medizin. Zu viel davon bringt dich um. Etwas davon heilt dich. Stressforscher haben erkannt, dass das genauso beim Stress und für unsere Psyche gilt. Eine bestimmte Portion von Stress brauchen wir. Stress ist Belastung für die Psyche, so wie eine Handel für einen Muskel, damit wir mental stärker werden. So eine Art Fels in der Brandung werden. Aber dieser Stress darf nicht kontinuierlich sein, nicht linear. Wenn wir mal etwas Stress haben und dann wieder keinen Stress, eine Phase lang, in der wir uns erholen können, dann wieder etwas Stress, dann wieder keinen Stress, dann ist das kein Problem für uns. Wenn der Stress aber linear oben bleibt, dann werden wir krank. Das Gesetz der Hormese besagt also, dass wir Belastung brauchen, aber keine dauerhafte Belastung. Belastung muss sich abwechseln mit Erholung. Übrigens ist ein gutes Beispiel für das Gesetz der Hormese eine Impfung. Denn unser Immunsystem muss ja bei einer Impfung gegen den Impfstoff fighten. Dadurch wird es stärker gegen eine bestimmte Krankheit gerüstet. Es muss uns also klar sein, du kannst, ja du solltest auch deine Psyche impfen, indem du dich immer wieder kleinen Belastungen aussetzt, so wie ein Impfstoff. Aber auch von Zeit zu Zeit einmal stärkeren Belastungen. Das ist alles kein Problem, wir werden daran stärker. Wir brauchen aber eben auch Zeiten, in denen wir uns ausruhen können. Du kannst ruhig deine Grenzen austesten, wenn du danach wieder Ruhe hast. Biologen erklären, was im Körper durch Hormese passiert. Durch die Belastung wird das gesamte Netzwerk im Körper beansprucht, weil da an einer Stelle gezerrt wird, ist das ganze Netzwerk in Unordnung. Und unser Organismus will jetzt wieder Ordnung herstellen. Das ist also so eine Art Gegenregulation. Da zieht alles in Unordnung und jetzt will man das wieder ins Gleichgewicht ziehen. Das, was der Körper da tut, um die Ordnung wieder herzustellen, das speichert der Körper auch ab. Das ist der sogenannte Wiederherstellungsmechanismus. Und diese Zeitspanne, die wir brauchen, damit wir in unserem Körper wieder etwas in Ordnung bringen, die können wir verkürzen. Das ist der Sinn von Training. Und auch unsere Psyche wieder etwas in Ordnung bringt. Auch diese Zeit können wir verkürzen. Das ist der Sinn des Trainings für unsere Psyche. Auch für unseren Geist. Wenn du also einen Misserfolg hast, dann ist die erste Reaktion wahrscheinlich nicht, dass du schreist, Mann, ist das geil, ich habe einen riesen Misserfolg. Du bist im Moment traurig. Und deine Psyche und dein Geist werden jetzt versuchen, diese Unordnung in deiner Psyche, in deinem Geist wieder abzustellen. Die wollen jetzt wieder Ordnung schaffen, dass du dich also wieder gut fühlst. Wenn du das oft trainierst, dann wird dir das gelingen, was dich anfangs ein paar Stunden traurig hat sein lassen, in 30 Minuten wieder in Ordnung gebracht zu haben. Später in drei Minuten wird es dir gelingen, dich wieder gut zu fühlen. Und dann gibt es so Fragen, die dir dann automatisch in den Sinn kommen, weil du das trainiert hast. Wenn was nicht so Schönes passiert, fragst du dich dann, wofür ist das gut? Was muss ich ändern, damit es nicht mehr passiert? Was kann ich daraus lernen? Wahre Meister des Lebens sind sogar in der Lage, sich in schlimmen Situationen zu fragen, wie kann jetzt, Achtung, wie kann jetzt, in der schlimmen Situation, wie kann jetzt die beste Zeit meines Lebens beginnen? Schreib dir den Satz unbedingt auf. Beim nächsten Problem fragst du dich, wie kann jetzt die beste Zeit meines Lebens beginnen? Was passiert dann? Du bist weg von deinem Problem hin zu den möglichen Vorteilen. Du hast einen ganz anderen Fokus. Unser ganzer Körper, unsere Seele, unsere Psyche brauchen die Hormese. Alle Zellaggregate, alle Organe, alle Systeme wie Haut, Immunsystem, Hormonsystem, Herz-Kreislauf-System, Gehirn, Muskeln, alles braucht Belastung. Und immer aus zwei Gründen. Erstens, um zu lernen, also um dich zu verbessern. Und um zweitens auf diese Weise stärker zu werden. Besser, stärker, besser, stärker. Du kannst Hormese auch ganz einfach Abhärtung nennen. Kein Sportler kann einen Wettkampf gewinnen, wenn er sich nicht abgehärtet hat. Weißt du, es gibt Sportler, die sind in der Olympiade und sagen, hey, Zeitverschiebung, das hat mir echt was ausgemacht und anderes Essen und so weiter. Und dann gibt es Sportler, die sind vier Wochen vorher unter ähnlichen Bedingungen schon dahin gefahren, haben dort trainiert, haben sich abgehärtet. Ein Sportler weiß auch, er wird sie auch mal verletzen, leichtere, schwerere Verletzungen. Aber auch daraus wird er etwas Wichtiges lernen für seine Zukunft. Hormese ist auch die beste Vorbereitung, Achtung, um nicht aufzugeben. Um immer und immer durchzuhalten. So wie Churchill mal gesagt hat, ich gebe nie auf. Niemals. Nie, 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 nie. Er hat viermal nie gesagt, weil er sagt, es gibt keinen einzigen Grund. Nie gebe ich auf. Im Grunde genommen ist es in Bezug auf Aufgeben ganz einfach. Jede Herausforderung ist entweder die Möglichkeit für dich, dass du eine Entschuldigung hervorbringst, um dann aufzugeben, oder es ist eine Möglichkeit zu lernen und weiterzumachen. Oder noch einfacher gesagt, jede Herausforderung macht dich schwächer, weil du sie als Entschuldigung missbrauchst, oder sie macht dich stärker, weil du weitermachst. Weil du das Gesetz der Hormese begriffen hast. Entweder gibst du auf, oder du wirst stärker. Erfolgreiche Menschen haben das ganz, ganz tief verstanden. Sie suchen sich für jedes Problem, das sie gelöst haben, sofort ein neues, größeres Problem. Ich erinnere mich daran, mit 26, als ich meinem Coach ganz stolz erzählt habe von meiner Philosophie des Slalom-Skifahrens. Der musste lachen. Und dann sagt er ganz ernst, wenn du reich werden willst, musst du nach einer längeren Liste von Problemen fragen. Ganz wichtige Erkenntnis. Wenn du reich werden willst, musst du nach einer längeren Liste von Problemen fragen. Es gibt da mal einen Trost. Alles, was dir heute schwerfällt, sind vielleicht nur kleine Schwierigkeiten. Wenn du aber trainiert hast, dann wirst du diese leichten Dinge später auch sehr viel leichter lösen können. Und auch die schweren Dinge später fallen dir immer leichter. Das ist wie beim Schreibenlernen. In der ersten Klasse ist es vielleicht ganz schwer, dieses A exakt in diese komischen Linien da reinzuschreiben. Später schreibst du komplizierte Worte wie Motorradrennen viel leichter als in der ersten Klasse das A. Und eigentlich ist das Leben wie Schulklassen. Wir kommen in die nächste Klasse, dann in die nächste, in die nächste. Aber nur, wenn wir den Stoff in einer Klasse vorher gelernt haben. Und viele Menschen bleiben ihr ganzes Leben in einer einzigen Klasse stecken. Weil sie Hormese nicht verstanden haben. Weil sie Belastung mit Schmerz verwechseln oder verlinken. Aber erfolgreiche Menschen haben Belastung mit Freude verlinkt. Und deswegen sind sie stark geworden. Werden auch immer stärker. Vielleicht schreibst du dir das Wort Hormese groß an deinen Badezimmerspiegel. Damit du dich daran erinnerst, heute will ich stärker werden. Und Hormese ist der Weg.